In einer Ebene seien ein Kreis C mit Zentrum O und ein beliebiger Punkt P. Klein a, eine Variable gerade D, die O enthält, schneidet C in zwei Punkten D und E. Beweise, dass der Wert des Skalarprodukts der Vektoren PD und PE konstant bleibt, wenn D variiert. Klein b, eine Variable gerade D' die P enthält, schneidet C in zwei Punkten M und N. Beweise, dass der Wert des Skalarprodukts der beiden Vektoren PM und PN konstant bleibt, wenn D' variiert. Hier ist ein Kreis C mit Zentrum O und ein beliebiger Punkt P in der Ebene. Hier ist die Variable gerade D, die das Zentrum des Kreises enthält. Diese Variable gerade schneidet den Kreis C in den zwei Punkten D und E. Nennen wir klein r den Radius des Kreises. Um das Skalarprodukt zu berechnen, das hier gefragt wird, können wir beide Vektoren PD sowie auch PE anhand der Formel von Schal zerlegen in Differenzen von jeweils zwei Vektoren mit demselben Ursprung. Als gemeinsamen Ursprung wählen wir den Punkt O. Hier können wir die doppelte Distributivität des Skalarprodukts gegenüber der Vektorenaddition anwenden und erhalten somit diese Summe. Schauen wir den ersten Term. O, D, Skalar, O, E. Dieses Skalarprodukt ergibt Länge von O, D, also Radius des Kreises, mal Länge von O, E, also nochmal Radius des Kreises, mal Kosinus von diesem Winkel 180 Grad. Der Kosinus von 180 Grad ergibt Minus 1 und somit ergibt dieses erste Skalarprodukt Minus R². In den zwei nächsten Termen können wir Minus OP ausklammern und Zwischenklammern bleibt Vektor OD plus Vektor OE. Aber Vektor OD plus Vektor OE, das ergibt der Nullvektor. Und der Nullvektor Skalar, egal welchen anderen Vektor, das ergibt immer die Zahl 0. Also das hier entfällt. Jetzt das letzte Skalarprodukt. Dieses Skalarprodukt, das ist die Länge von OP mal die Länge von OP mal Kosinus des Winkels, den der Vektor OP mit sich selbst bildet. Dieser Winkel ist 0 und der Kosinus von 0 ist 1. Somit ist dieses Skalarprodukt also Länge von OP mal Länge von OP mal 1, das heißt Länge von OP im Quadrat. Das gefragte Skalarprodukt ist also gleich zu Länge von OP im Quadrat minus Radius des Kreises im Quadrat. Und diese Differenz ist unabhängig von diesen zwei Punkten D und E. Also ist diese Differenz unabhängig von dieser Geraden D. Hier eine Gerade D' die den Punkt P enthält. Diese Gerade D' kann variieren. Sie schneidet den Kreis C in diesen zwei Punkten M und N. Um das gefragte Skalarprodukt zu berechnen, konstruieren wir zuerst diesen Durchmesser NN'. Da NN' ein Durchmesser des Kreises ist und der Punkt M auf dieser Kreislinie liegt, wissen wir, dass der Winkel N' MN ein rechter Winkel ist. Und demzufolge ist dieses Skalarprodukt genau dasselbe wie dieses Skalarprodukt, denn die orthogonale Projektion von Pn' auf Pn, das ist dieser Vektor Pm. Also sind diese zwei Skalarprodukte gleich. Und ab hier können wir genauso arbeiten wie in klein a. Das heißt, zuerst zerlegen wir diese beiden Vektoren in Differenzen von Vektoren mit demselben Ursprung O. Dann wenden wir die doppelte Distributivität an, berechnen diese einzelnen Skalarprodukte, indem wir in den zwei mittleren minus OP ausklammern. Und somit finden wir, dass auch dieses Skalarprodukt gleich ist zur Differenz von Abstand zwischen O und P im Quadrat minus Radius im Quadrat. Und diese Differenz ist effektiv unabhängig von D', weil sie unabhängig von M und N ist.